Sooo... Herzlich Willkommen zum neuen Let's Play von Counter-Strike Global Offensicht. Zusammen mit Grim Reaper, Schottie, Petty und ein Haufen Bots. Und L4HS und Henry. Hast du mich jetzt nicht aufgeteilt? Petty, triffst du die? Ach du bist auch da! Oh, ich hab vergessen was zu kaufen. Scheiße. Ich will mal sehen wie ihr es gerade auf die Fresse bekommt. Nein, Spaß nicht. Ich hänge voll bei euch. Ich habe gerade hier einen Fanclub mit 80 Leuten. So richtig Public Viewing gerade. Oh! Ich bin mal gespannt, was ihr für Leute bekommt. Wir sind noch so früh. Soll ich das kommentieren? Soll ich mal rausgehen und das kommentieren? Kannst du machen. Kannst du gerne tun? Soll ich machen? Alles klar, der Boss macht was jetzt. Nein, Spaß. Warte, Moment. Ich muss eben ganz kurz ähm... Dingens starten. Ich werde jetzt mal unten hingehen. Keiner. Kommt bitte rein. Also ist das gay. Hm. Boom. Viel Spaß. Good luck. Äh. GG. Well played. Blablabla. Ihr seid alle scheiße. Halt's Maul und verpiss dich. Ja. Und sonst wollen das gar nicht gut. Warum hab ich jetzt ne AWP? Ich will keine AWP. Alter AWP ist saugeil. Ne, ich kann mit der nicht umgehen. Ich kann noch nie mit der richtigem Sniper umgehen. Dann war ich nur bei Rifle, bei der AWP so. Nur mit der Autosniper konnte ich damals kommen. Mit der DT halt. Wow. Hau, 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 hau. Ich weiß gar nicht, wo ich langrennen soll. Ich hab meinen Sniperplatz, den ich dann auch benutzen werde, sobald ich ne Sniper hab. Ich hab ihnen den Sniper hingelegt, wenn du ne willst. Und die Leute irgendwie vollständig schlussend anschließend... Ey, warum, man? Facken schlecht gewesen. Facken schlecht gewesen. Alter, wo war der jetzt? Jetzt werd ich bestimmt wieder übelst verkacken mit der Waffe. Alter! Ja, ich hab ihn noch! Niiice! Oh, geil geht hier ab. Geil, der Killer hier. Dazu ging's noch Aufwärmphase. Ja, hab ich schon wieder. Boah, voll in die Eier geschossen, ey. Leck mich ja mal aus. Alter, ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich hab nicht mal... Ich hab zwölf, ich hab dreizehner Pegel. Ich, ähm... Ich stürme jetzt den Spar. Gut! Gut! Guck! Ich hab ne Errungschock beigeschalten. Ich hab ne Errungschock beigeschalten. Ist das übel, man! Boah! Ist das übel! Ob komm! Ob komm! Ob komm! Ob komm! Ich hab ne einen. Gib's hier einen Silenced AWP? Ist klar, ich bin gerade gespawnt. Wollte mir was kaufen. Da steht dann... Gibt's hier ein Silenced AWP? Und da stand dann einfach, ja, ihre Kaufzeit ist abgelaufen. So, jetzt geht's los. Ja, so wie letztes Mal. Jo. Und der Rest ist zu A. Also rechts ist B, links geht's zu A, okay, dann gehen wir zu A. Was, nur noch besser, dann muss ich noch. Sollen wir uns hier bewachen? Sind auf A. Also ich glaube, B sind sie nicht. Paddy muss aber auch was sagen. Der muss dazu. Genau, Paddy, sag mal was. Äh, Bombe hier bei A, oben. Mann! Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Da war einer, der aufs Runde gehen. Oh, einer ist da im Haus. Ja. Hab ich gesehen. Boah, unglaublich. Hab ihn. Ja, jetzt wieder zurück zur Bombe. Soll ich jetzt A bewachen oder soll ich jetzt einfach hin? Da, wo die Bombe ist. Äh, die Bombe wurde weggenommen. Da geht's zu B, Rupert. Das ist wieder. Die ist da, die ist da. Das wird ja auch oben auf der Minimap angezeigt, dass der rote Punkte. Geht's, geht's für alles. Geht's für alles an. Erf, den die Bombe zu verteidigen. Ach, verdammt, ey. Der hat nur noch 25 HP. Links. Warte, bleib da drin. Den musst du noch einmal anschießen. Der hat die Bombe. Na, da wird er nicht sein. Dort, D. Da bist du gerade hergekommen. Da wird nichts zu B gehen. Ich bin verstanden. Total verplant, Alter. Ja, da, halt auf. Links. Ich glaub, der ist zu B gerannt. Nun dein Messer und dann zu B. Jetzt da, rechts. Ja. Ja, und jetzt einfach fahren. Ich hier, zwei Kills, ne? Ich sag dir, ich bin schlecht. Ich verkackte es wahrscheinlich, ja? Und dann dürfte ich mich nicht verurteilen, wie sowas. Äh, passt auf, links könnte eine gute Dingsens, ähm... Kämpfus zu sein. Ey, war das schlecht. Ohne Witz, Mann. Hier, da. Schaffst du locker. Doch, das schaffst du. Ja, vielleicht ein HP oder so. Ja, ich hab dir noch was Sorgen gemacht. Ich hab dir auch noch 3 bei 3 Schuss mit der 2-Z gedrückt. Siehst, du bist sogar der beste Spieler in der Runde. Für nix. Und er hatte 75 Sterne genommen. Du hast ja was gemacht. Du hast ja 64. Juhu. Also, ich und, ich, ich, Patty und die anderen. Und ich geh mal wieder zu. Ja, ja, einfach auf den Spot fahren. Okay. Also, wir bewachen mir jetzt die Bombenplätze einfach. Ja. Ich muss dann versuchen, wie das so. Okay, also irgendwie nicht, nicht auf dumme Gedanken kommen. Nicht auf dumme Gedanken kommen. Okay. Ich bewach mal hier, okay, Patty? Du kannst mal hier gucken. Okay, dann kommt der, falls was ist. Okay, B kommen auf jeden Fall. Zwei. Einen hab ich. Aua. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Wir müssen sofort nachrufen. Wir sagen B zu B gehen. Messner nehmen und so. Jetzt sind alle bei B. Leute? Alle? B. Alle. Bald, doch. Über die Messer durch. Links, 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 links. Weil mit Messer bist du schneller. Ah, nicht. Ich bin bei B. Ich check das schon, was wir machen wollen. Die sollen jetzt, wir gehen jetzt auch gar nicht zu. No, ich fack, Alter. Oh, fack. Ich kann nicht machen, der Anreise ist hier auch. Ah, sieht schlecht aus. Gar nicht bei mir. Leute, ihr müsst machen, sie können planen. Schön. Zwei sind noch. Ah, verdammte Scheiße. Fuck. Leute, wenn ich euch einen Bigs sag, geht da mal lang, okay? Ja, ich hab echt. Weil ihr seid jetzt alle so von vorne gekommen, von hinten, eigentlich kein Ding gewesen. Wir waren auch dieses Mal zu, wir waren schon noch zu akkultiert da. Ja. Ah, Alex. Jo. Nur im Gucken auf die Kumpen, wenn da jemand. Oh, mein Gott. Bleib zurück. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen mit einer Awe. Ihr übrigens, zwei mindestens A, die kommen hinten jetzt vorne. Alter. Drei sind es. Alter. Das war wirklich eine schlechte Runde, Alter. Wir hatten einen Aim-Bot. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen Spaß haben. Nichts kaufen. Ach, fuck. Nichts kaufen. Ja, einfach auf Echo. Ich kann mir nächste Runde wieder Waffen holen. Moment, ich hoffe nur, dass es nur... Ich muss mal ein bisschen scheiße von mir mit einer Awe, mich anzulegen. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, wo ich tot war. Ja, nee. Ja, von mir. Au. Ich habe auch gesagt, ich bin nie so sehr. Warte, wenn ich einen sehe, sage ich für Scheiße. Bring down Smoke. Also in der Mitte wurden Smoke gelegt. Oh, wie der AWP. Ich liebe es. Nee, ich glaube, ich habe einer links bei A. Ich glaube, ich habe auch einen bei A gesehen. Ich glaube, ich habe mich versehen. Und eine Banate in dem... Boah. Leif. Yo, beide down. B kommen sie. Also B ist auf jeden Fall einer. Ja, hier ist A noch gerade einer. Okay, da kommt einer zu A. Kommt einer zu A. Kommt einer zu A. Kommt einer zu A. Boah, ich höre die Schüsse. Ach, sicker. Sind wir nur noch bei E. Äh, B. E auf jeden Fall. Kommt einer zu A. Kommt einer zu A. Komm, ich habe sie gesehen. Ja, die punkten jetzt alle dahin, wenn du kommst, bist du tot. A. Schön, Wesen hast du den noch mitgenommen. Aber was für eine Waffe soll ich mir am besten holen, wenn du nahekommst mit dem Anzug? Mach jetzt nochmal ne Echo, ich hol mir dann nur ne... Ich hol mir nur ne Karmus. Ja, mach ich auch. Ja, hab ich auch gemacht. Hab ich ne AWP? Ja okay, dann sind es zu viele Arvis, ich hol mir dann keine. Smog! Oh Leute, hinten, hinten, hinten! Ja, einer ist da, oh sorry! Okay, einer ist down von denen. Alter, ich hab mich... Ich wusste es doch, dass da irgendjemand ist. Ich hab keinen Bock mehr. Ach fuck! Puh! Ich hab dich gesehen. Ach, Patti ist auch ne... Ach, das bist du Patti, sag doch was! Du hast ja in der Mitte auf, ne? Ähm... Oah! Wo kam der denn? Patti, da kam einer. Ja, Patti... Hinter dem Haus! Link! Links, links, links! Hinter dir, da. Geh rein! Da. Da war jemand. So, Leute, nicht wundern, Patti ist ein bisschen schüchtern. Und ist gestorben. Ja, ist... Ist nicht. Die waren alle nicht besser. Wir sind schlecht, weil wir nicht ein Team haben. Wir haben nicht so... Wir haben immer wenn... Also, wer nennt jetzt alles Arwen? Oder AWPs? Ich nicht. Ich kann noch ein bisschen umgehen. Ich hab schon ne AUG. Okay, dann nenn ich auch längere. Dann hast du dir Schutzschrack und Sumo? Ja... Nein. Ich bin... Ich hab aber leider nicht genug Geld dafür. Ich weiß es aber. Ich bin ziemlich vorsichtig. Wo hast du das grad hingeworfen? Niemand da? Ne. Also, wie scheint, kommt keiner zu B? Einer ist bei A. Einer ist auf jeden Fall bei A. Ja, bei A ist einer. Zwei ist bei A. Ja, bei A ist einer. Ja, bei A ist einer. Verdammt. Boah. Der ist direkt rechts. Was haben wir sehen? Ja, der ist hinten. Und einer, äh, hier links. Deck, äh, lieber mein Rücken... Ach, Alter. Der ist im Zimmer rechts. Da sind... Da sind zwei... Einer rechts in... Ähm... OHHHHH! Alter... Leck mich am Arsch, ey. So Leute, wie schon mal gesagt in der letzten Folge, so sollten wir uns am besten nicht machen. Ja, so sieht's aus. Ja, wir sind alle im Team noch nicht eingespielt. Genau, daran liegt's. Ja. Ja, genau. Ja, genau. So Leute, wir waschen jetzt. Ähm... Nehmt die linke Mitte, wascht da durch, macht's drauf und Scan und ich gehen auch drauf und machen einfach alles drauf. Okay. Und wir müssen halt immer seitlich reinsehen in der AWC. Also immer neben dem Schwerpunkt, also... Jetzt Waffe raus. Lasst mich vorgehen. Einer, äh, mindestens linke Mitte. Zwei, zwei. Uuuuh, ich hab nur 15 HP, Alter. Das war ein Schuss, Mann. Bomber down. Okay. 2,2,2, ach verdammt, da ist mein Magazin leer. Alter, wie geht das bitteschön? Wir haben auf die eingefallert und die geben einen Schuss ab und ab. Ja, immerhin am Ende. Das ist geallt nicht, um eine Hütte zu kehren. Vom Hütte ist ja auch so ein schweres Ziel, man. Geallt 4,90. Ähm, ja. Wir nehmen die UMP, weil ich ja nicht mehr auf der TDT war sowieso. Wenn wir das so weitermachen, dann ist es gut. Also es sind ungefähr mindestens zwei immer A. Wenn wir das so weitermachen, weil die haben nicht damit gerechnet, weil fast alle eine APP haben wollen. Nee, also bei A ist auf jeden Fall niemand mit der Arbeit. Okay, B auf jeden Fall. Denk mal den Rücken. Also, nee, komm. Ja, okay. Achtung bei A ist einer in der Mitte, damit ihr seid. Einer bei A im Mittelgang, ja. Also wir sind down, ich und Reaper ist down. Und B sind dann auch welche. Ja, hab ich's gesagt. Sehr gut, Fetty. Alter, ich bin... Passt auf, Fetty geht da nicht lang. Stopp. Lagnar packt mich echt ab. Ich hab keine Chance. Ich hasse diese blöde Verlangen. Alter, in die Ecke. Komm, ich hab dich gehört. Verdammt. Das ist jetzt uncool. Alter, das war uncool. Das war wahrlich uncool. Alter, der kommt um die Ecke gesprungen und gibt dir doch einen Hit. Boah, Leute, ihr müsst wieder waschen. Wir brauchen alle MPs dafür. Okay. Na, wenn das so ist. Ja, dann wasch ich jetzt. Ja, dann wasch ich jetzt. Oder hast du ne... Na, ihr habt keine Granaten. Ich hab eine. Er hat auch ne Flash. Am besten Flash. Ja, ich hab Flash. Ich hab mir Flash geholt. Ich hab mir Flash geholt. Ich wollte aber etwas sparsamer sein, um ehrlich zu sein. Jetzt habt noch... Okay. Hey, da ist jemand ab und zurück. Passt auf, hinten ein Autosniper. Ich geh jetzt hier durchblaschen. Wollt ihr mich verarscht? Einer weg. Nehmen wir die Autotracke. Das ist gut. Ja, okay. Ich muss erstmal suchen, wie ich die Waffe wegwerfe. Hätt ich's mal nicht gemacht. Sehr schön. Gut, Leute. Noch einer. Kein Problem. Hier ist übrigens die Bombe. Also, bleib hier. Bleib bei der Bombe. Ne, bleibst du bitte auch hier. Ich hab ja Bock, ja lange auf mich zu hören. Ja, 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 ja. Ich bleib hier. Ich wollte hier einen Check. Hängt euch jetzt in die Ecke und hört auf rumzulaufen. Schaut hier da rechts an den Balken. Ja. Der kommt. Von wo? Geh zu Shotty. Reicht. Okay, Shotty's down. Achter hat die Bombe. Jetzt. Raus. Was? 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 Wie klingt der in der Plante fest? Wo ist der hin? Weifang geradeaus. Geradeaus. Der ist da. Der ist da. Der kämpft irgendwo, oder? Nein, der kämpft nicht. Der kämpft? Ich sag's dir. Nein, der kämpft nicht. Geh einfach zu B los. Geh zu B los. Geh zu B. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Bomb has been planted. Mhm. Ja. Der kämpft? Ja, sehr gut. Gut geworfen, Mann. Schade. Schade. Wie kam der denn jetzt da hin? Der ist einmal außen rumgegangen. Ähm. Hab ich, glaub ich gehört. Warte, ich muss die. Audio. Einstellungen. Einstellungen. Etwas hört. Kann mir jetzt mal host, explosiv und blendgranate. Ja. Wie viel Kohle habt ihr alle? Ich hab gar nicht. Ich hab 200 Dollar nur noch. Ich hab gar nicht. Wir gehen jetzt mal alle auf A. Schön, dass man das auch... Die letzte Runde, Leute. Ja, schön, dass man das auch sagt, äh... Bevor die Runde anfängt, ne? Und ich, äh, nicht schon zu B laufe. Perfekt. Boah, ich hab einen neuen HP, Mann. Und wird sowieso gleich sterben. Bombe down, kommt zu mich. Jo. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Die kommt von hinten, die kommt von hinten. Einfach hier in die Ecke stehen. Leute, die Bombe ist hier, dann kommt auch hin, ne? Ja, ja. Wir können ja locker verteidigen, wenn jetzt alle mitmachen. Die sind von A weggegangen? Boah, sie sind noch da? Okay. Leute, kommt einfach jetzt zur Bombe. Wenn wir die verteidigen, haben wir gewonnen. Ich chill hier. Ich hör die, dass die, ähm, hierher kommen. Boah, das ist meine Waffe. Einer ist links von mir, direkt. Geht es sterben, Mann. Da ist noch einer. Alter. Einer hinten bei der Bombe. Ich kann nicht gegen den, das ist nur einer. Die Seite dritt. Oh, das ist nice. Eben, wie geben die mir eben ein Headshot? Ich würde ehrlich gesagt nochmal sagen. Das ist ziemlich gewart. Aber wenn ich glaube, das ist gut. Übrigens, streng dich mal an. Ich carry hier das Gang. Aber die haben eigentlich auch nur diese zwei guten, also diesen Henry und den Otzi sitzen. Da hinten war glaube ich einer. Ja, geht ihm mal vor. Ich schau hier durch. Durch. Also beim Arme zu sagen, das muss ich nicht sein. Okay, links ist Zeug. Okay, links ist Zeug. Ah, das ist geil. Was auf? Oh, ich bin nur jetzt. Äh, nicht. Äh, nicht. Alter, ganz ehrlich, ein Kämpfer. Ich kann nichts gegen den machen. Jetzt hier aber nicht einfach raus. Jetzt ist immer der Typ, der mir immer Headshot geht mit seiner scheiß AK. es hat auch zu b ich glaube ich glaube ich allgemein das schafft er ganz sicher nicht mehr vor allem nicht wenn man sich selber dann ja hätte man sowieso nicht mehr also kann ich mir nicht leisten ich will mir irgendwas mit Pistole halt ok ich glaube die bleiben jetzt sehr viel wir werden jetzt denken dass wir gehen jetzt zu b ich und dann die obwohl die könnten auch ziemlich gut bei b hier zu bleiben alle ich bin alleine ich werde auch schnell ok bombe ist hier alle mitte ok meine fremd ist gerade richtig in die hose gegangen nein nein nur einer darf wenn der kumpe bei einem anderen woanders um über die mitte dreh dich um nein ach du hast mich voll gehört wer denn hier links 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 komm das machst du Paddy jetzt geh einfach rein dann wenn du rein rennst kann der nichts machen einfach rein rein nachher schnitt 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 also je weniger schnitt dann soll noch jemand sagen frauen können die spielen schnitt 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 jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld bekommen ja trotzdem nicht genug für eine Aube ihr holt euch die G-0-False M4-1-S boah ich hab trotzdem zu wenig ja ok weil die Zeit sehr flessibel ach dann mach mal 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 schnitt ach schnitt zu oder was äh übrigens nicht um die Ecke gehen da ist bestimmt ein Aube-Tit jo Achtung ja ich hab's gehört ich smoke rauch ok ja da kommen sie ja also zumindest der Bomben-Träger ist da wenn wir hingehen pass auf sehr schön zwei sind noch da einer ok die Runde hol ich auch äh ich hab ja da Richtung liegt sogar noch ein paar Seiten die Bomben-Träger die Bomben-Träger die Bomben-Träger ja ja ach so dann geh ich wieder zurück pass auf die Bomben auf die Bomben-Träger ach so nicht hingucken ich glaub da ist hinten bei A gewesen hier kommt keiner ich hab' ich den Türchen dann hab' ich den Ace dann hab' ich alle gefüllt ich will nochmal suchen da hinten bei A Mittelgang ACE 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 ja halt alle fünf die wieder gefüllt ne ja halt alle fünf wieder gefüllt ne ja sehr schön geh du vor ok geh du vor ich mach noch Hunger erst die wenn die sich nicht mehr nimm lieber das Messer in die Hand die ähm ist das schnellste zum laufen die 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 ja und du hast mich geflashbanked also geblendet ich glaube ich geschossen hast Attacke Alter der ist hier hinter mir gewesen wie kommt der hinter mich Alter solltest du das dann der Bomber gezogen haben ich bin auf dem Weg aber wie schön dass ich immer so viel machen muss ich schieße auf meine eigenen Leute perfekt weg also grad holen wir auf jetzt sind wir eingespielt ja ja wir haben uns als Spiel an jetzt sind wir eingespielt aber das ist nicht mein Verdienst was was auch da hinten bei einem mittelgang ist eine Awe also entweder rüber ähm springen oder ja nein ja Leute die sind auf B na sauber oh zu alter nein die sind bei B die sind bei B inlaufen ja ich bin gleich tot warte warte ja ich bin down jawoll auf jeden Fall ey so ein ey lass mich doch nicht alleine bequemen klingt doch gar nichts hin da fährt hier nur noch einer wo ist der? da da oh das war übel äh genau in dem Gang wo der Krieger gestorben ist links ja komm Schotty das machst du Schotty du bist Angreifer du musst jetzt rein er wird doch bei B sein wird er los nicht springen du willst du deine Position fallen da ist er da du hast die MP du musst einfach nur drauf ähm wo ist der? der ist jetzt noch nach rechts gegangen der ist hinter dir ja der hat versucht nicht springen spring nicht das mach nur dann ein nach links lieber ja genau da wo du hergekommen bist soll ich hier lang gehen? ich glaub der ist nach A gelaufen bin ich mir nicht sicher aber wenn der nicht mehr da ist ist er bestimmt bei A er ist A oder? er ist A sollt aber kein Problem sein sollte aber kein Problem sein offen war es ne Waffen wieder wo ob der? ich glaub der schau mal hinten der drauf wo war er? übel der war hinten beim ähm am Zaun am Zaun oh ich's mitgegeben oh 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 morgen traurig da ist der Kreuzer da ist der Kreuzer jawohl ich hab die Bombe ich glaub ich bin blind und B also da B einfach reinrushen alle Platz machen planten gewinnen fertig und natürlich noch was abstehen wenn wir alle zu B gehen mhm ja was sonst? auch sehr gut danke ernsthaft der eine ist hinterm Taxi Alter dieser blöde voll Spaß der blockt einen wirklich weg 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 ich hab'n Alter wot übel als Sonderons auch ah das wars die ist doch einiges besser man wenn wir waschen dann dürft ihr nicht stehen sein wir müssen einfach reinrennen ihr dürft auch nicht danach einfach stehen sein wenn wir noch im waschen sind wenn wir waschen müssen wir weiterrennen egal wie viele sterben auch wenn einer noch gegen alle ist ok auch wenn wir alle drauf sind ist egal D ich nehme schon über mehr auf D machen wir was oder nicht ja dann bin ich wohl der erste der Stimmen wird nein Waffe raus ja ja das zweite jawoll leider ist weg noch einer hinten rechts Ecke wow blockier mich doch nicht geil danke erst von Skull dann von Schotty wahrscheinlich nein ich plante warte wo ist das überhaupt zum planten ah hier geil pass auf Waffe raus da hinten hat die gegen Kerstoff ja darf stehen bleiben das sind zwei Stücke einfach ruhig bleiben sobald wir durch den direkten Teilen dann geht zurück geht zurück in die Deckung ja wir müssen von durch einer kommt ja tschüss übel naja das haben sie nein doch das haben die das haben sie auf jeden Fall ja ich wurde von Schotty geblockt nein ich hab dich nicht geblockt ich war ganz weit weg von dir der letzte gewesen ich bin ich bin nicht nah niemanden ran ich bin dafür dass wir zu A durchs Haus gehen kein weil die denken wir zu B wieder gehen oder ja weil wir einen zu müssen aber wir haben sowieso verloren das ist weil die müssen nur noch 6 5 machen und hier noch 10 user join your channel hallo 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 ok Leute das wir und das alle alle d ich glaube ich glaube ich da auch bei den Eckern da oben sagt da oben ist er hälfte er kann nicht von hinten der kam von rechts bekam durchgewascht ich hab's gehört spät reagiert erst reagiert aber die Kinder sich das anbauen man muss wirklich auf die Laute achten ja ich hab darauf ich will die Bombe nicht werf es einfach in die Mitte oder so die werfe ich, die werfe ich, die werfe ich, die werfe ich auf B wieder ok ich hab's also jetzt laufe ich nicht so nah gerade so, dass hat mich gut jawoll die Konadte hat mich ziemlich gut erwischt joo ich hab noch 55 ja ich hatte 23 ja ich hatte 23 erstmal nur Samu was bin ich für Fähne ooooh danke Patti Patti M4111, Patti M4111, Fahr mal, Fahr mal geh rein geh rein ich geh jetzt rein ich plante bitte einer in die Ruin fertig geht er geradeaus 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 bestrohle achte, du hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir jetzt fertig geil ne, ich bin hier ich bin bei der Bombe ich bin bei der Bombe ich bin bei der Bombe ohhhh bleib einfach zur Not, komm, jetzt ohhhh jetzt hab ich mich gerade gekratzt ich dachte schon, du der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt jetzt schießt, schießt hä, fliegt man nicht raus, wenn man, wie heißt's jemanden töttelt ja, nach zwei, äh, äh, noch zwei ich hab niemanden gekillt, ich bin mal der Letzte ja, ich bin nur eins, ich mach das anders auf jeden Fall, sorry User disconnected from your channel so, ich hab ne Blattgranate ja, voll da sind, noch zwei Späte okay, wir haben gewonnen vielleicht hier ist eine Farmer von dem das heißt, wir haben gewonnen weil wir doch nicht so viele sind die töten trotzdem, ähm es ist nur der Kiefer da totes he 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 ich tue die Seite jetzt halt nicht ich tue die Seite jetzt halt nicht du war sowieso fast tot, also heul nicht rum ja, aber ich war grad an einem fillen, also ich will nur laufen dann B, Banane, Banane, Banane bei mir Banane? bleib dann doch on spot bleib da pass auf, hau auf ok, rennt weg rennt weg, mach die da looool boah nice komm, geh hoch geh hoch nein, ich hab alles verloren, verdammt ja, weil du gestorben bist ja, das konnte ich mir jetzt auch grad denken aber vorne hab ich leider nicht dran gedacht ja, solltest du auch mal probieren ja, das ist doch ja, das ist doch ich so meine Schuhe ja, das denk'n gut ja, das denkt'n gut hast du dir immer so, äh, so doll weh im Kopf aber da gehen wir schon wieder w? ja, damit mach'm am wenigsten mal Punkte ich glaube meine granaten verwenden ab und innen von innen bleib da bleib da ein prozent ja jetzt geplanten Leute, das ist einer ihr seid zu dritt ach zu viel okay, zu dritt der kommt von unserem von CTF jetzt so ist geplantet einer von euch muss fahren hätte ich vielleicht nicht ja, ich habe auch weniger ja komm sonst kann ich machen dann lass mich lieber nein, du lässt uns fahren da kommt er ich hab jetzt ja nicht vom also nicht, das ist da einer ja, nur durch meine Mithilfe hast du den Kill bekommen jetzt ach, gar nicht das war's das war's und dann sterbe ich okay nein, ich hab schon wieder die Bombe sehr gut sehr gut oder ich hab' ja, ich bin ja schlecht wie immer also schon wieder ich hab' 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 ja ich hab' Von hinten, okay. Achso, 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 achso. Ich hasse es, 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 ich hasse es. Sehr spätig. Hinten, Leute, der letzte, einer ist von von hinten. Geil, geh los. Boah, nice. Ein, nehmt, 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 nehmt. Ja, ich nehmt grad auf. Da, ja, komm mal hin zu stehen. Au. Ja, genau, bleib zu stehen. Was, ne? Ja, da ist noch nicht. Äh. Da. Alter, leck mal. Geh lieber in Deckung, geh lieber in Deckung. Jaja, ich bin in Deckung. Prozent der Torwart Sessions von 9 und bekommt man den Stärken und das Zuschauen die Sterne und und die Pferde je nachdem wie oft man was speziell ich bin ich werde nie einbekommen als wir schon also schon wieder bei um anrufen frage hinter uns alles sichern und anschließend keiner Latte Läuft 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 Oh, übel Leute, wir werden nur auf 19 nehmen Fetty, dann hast du locker Nice, schön geworfen Bleib da so schön Ah, Fetty, du bist der Letzte Die Letzte, genau Das Letzte Oder so Das Letzte Also einer war auf Passiert Passiert Ja, man kann nicht alles machen Was am meisten aufregt ist eh, wenn das komische Bild da von dem Typen ist Oh, ich will die Bombe nicht schon wieder haben, ich lass davon in die Mitte Hier Also du kannst mir noch 94 brauchen Äh, jo Warte Ich kaufe mal ne Shotgun Ich hab Bombe Meine Arbe Ich hab mich alle ohne dominierten in meiner Shotgun Ich frag jetzt gar nicht mehr Ja, wir gehen zu B Äh, lass mich als erstes vorgehen, ich hab ne Arbe Wo wart ihr? Wo wart ihr? Ja Ich weiß Mann, ich fass es nicht Die Bombe müsste aufnehmen, ne? Ah, diesmal klappt es nicht so Ah, diesmal klappt es nicht so Ne, weil ihr gewartet hat Sind die hinter uns? Ich hab die Bombe gehabt Ja, das ist trotzdem Ja, das ist trotzdem, werdet ihr mit rein dann? Warte, da bist du gekommen Links, 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 links Ja, ja, ja Wer denn? Rater Chaser? Nein Wer dann? Du, oder was? Nice Pass auf, der kommt, der kommt Ich betrachte gerade deine Leiche Das freut mich auf jeden Fall Entschuldigung, ich hab aber kein A Dankeschön für das Kompliment Hab mich auch extra geschminkt heute Gute Frage, ne? Ich hab leider keine Ich hab nicht genug Geld Ich hab B90 jetzt Ja, du kannst dir noch eine kaufen, nicht mir die Einfach hier drücken und dann noch eine kaufen Geh Geh Ja, warte Brauch wir an und haben die Gipka Seid ihr nicht mal zu Ahren? Ja, ich geh jetzt alleine zu Ahren Ich geh jetzt alleine zu Ahren Boah Okay, der hat die Ahren Das ist ungut Alter, wie die alle da mal um die Ecke hoffen Das war ein krasser Hateshot Alter, alle um die Ecke Oh, naja, die Runde wird nichts Schöne Schönes Ding Ich frag mich echt an Hast du dich mal zu Gipka geschminkt? Sehr schön Wie bitte? Ach, kommt hinter euch Ach, kommt hinter euch Ach, kommt hinter euch Denkt mal jemand hinter euch Wir müssen die Bombe holen gehen Ach, komm Boah, leg dich doch am Arsch Die AWP ist einfach so overpowered, Alter Ich hab den gehört Ich hab den gehört Ja, ach, deswegen sollte man die erstmal rausnehmen Mal rausnehmen So, ich hab Bombe So, ich hab Bombe Okay, wir sind alle auf B Lass mich vorsehen Was ist alle auf B? Und wenn du so, wenn ich reinrenne, komm ich bitte mit Mh, mach ich Jetzt sterbe ich Also ich bin vorne Kommt dann mir einfach hinterher Ich bin ganz hinten, die steckt wieder Und go Und go Boah, ich hab den gehört heute aber auch schon geschminkt Boah Alter, leg mich doch am Arsch Ey Einer von hinten, einer von hinten Ich seh überhaupt nichts mehr Ich werd die ganze Zeit nur geflashbangt Sehr schön, Schottie Der kommt, der kommt einfach vorne Der kommt einfach vorne Nice gun Ach ne Von rechts kommt jemand, oder? Von hinten Oh, ne Arbe, ne Arbe, ne Arbe Alter Alter, ist das Zeitverzöger bei euch Nein Komm, komm Von hinten, Leute Ja, ich seh den Ähm Ich will auf den warten Ich trau mich gar nicht nachzulagen Doch, ich schau einfach hinter mir Alter Alter Alter, ich hab Ich hab den Ich hab den Ich hab den Ja, das ist hart Ja, das ist hart Noch einer Ja, komm, das Ding schaffste Seid so Ich will eine andere Waffe Ja, wenn ich einen kenne Uuuu, wo kam das denn her, Alter? Jawoll So, Leute Damit bende ich jetzt meine Aufnahme Wir sehen uns das nächste Mal Viel Spaß noch Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü